Aktuell schon Episode, keine Ahnung was, ich habe wirklich keinen Plan. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir schlagen das Heft aus, aufmeinig. Und ihr merkt schon, hier seht ihr schon 105, wir sind hier schon bei 110. Und jetzt kommt unsere Doppelseite für diese Episode. Das ist nämlich die letzte Doppelseite überhaupt, beziehungsweise es kommt noch eine, aber diese zwei Sudokus werde ich alleine für mich nur machen, nebenbei ohne Kamera. Und diese, also wortwörtlich Pausensudokus, 6x6 Sudokus, werden wir in dem Video direkt hier nach lösen. Und ich freue mich da auch schon mega doll drauf und ich würde sagen, deshalb lasst schon mal ein Like, ein Abo und auch gerne die Glocke aktivieren. Nach dem Abonnieren und ich würde sagen, genau, Podcast, eine Dose, kennt ihr alles. Und wir starten da rein rein, schön jetzt reingezoomt und mittig platzieren und es kann losgehen. So, Nummer 111, auch lustige Zahl, ne? Also, das erste, was man aufhält, schon mal hier direkt eine 8. Dann haben wir hier schon mal die 8 und hier auch. 8 sieht gut aus, das könnten wir jetzt schon mal komplett hier fertig machen. Auch hier kommen die hin und dann sind wir fertig. Sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch die 7. Und hier und hier auch. Hier ebenfalls. Und das war es auch mit der 7. Oh, okay. Das ging auch schnell. Hier die 1. Hier die 1. 1, 2. 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Wait. Keine. Keine 4 kann ich irgendwie gar nichts mit anstellen. Hier oben nicht. Ne, gar nicht. Okay, 5, 6, 7, 8. Auch mit der 9 nicht. Das geht knapp. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Perfekt. So, 5 kommt hier schon mal hin. Dann haben wir hier die 1. Die 2. Die 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 1, 2. Okay, nehmen wir müssen erstmal hier oben weitermachen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. 4, 5. 6, 7, 8. Und die 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Und die 9. 9 ebenfalls. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. An die 2 haben wir schon. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Die 9. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir sind bei entspannten 4 Minuten. Wir wechseln zu Sudoku Nummer 112. Let's go. Let's go. Let's go. Okay, gerade stehe ich auf dem Schlauch jetzt nicht mehr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Okay, also hier fällt mir direkt was auf. 1, oder doch nicht. Doch nicht. Okay. Die 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7 und die 9. Okay, doch nicht. Habe ich mich vertan. Sorry. Eigentlich gefällt mir auch dieses Feld und dieses Feld hier sehr einfach, weiß ich nicht, wegen dem Aufbau. Aber zum Beispiel so ein Feld hier oder so ein Feld, auch wenn es die gleiche Anzahl an Zahlen ist, der Aufbau ist vielleicht auch einfach mal ganz wichtig. und ich finde auch der Vermittlerin ist ja eigentlich recht nice. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. So, hier. 5, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Mann, ey, wirklich letzten beiden Zahlen, so muss es doch nicht sein. Wir haben hier auf jeden Fall noch 6 und ansonsten aber nichts nehmen. So, wir haben hier noch 6, wir haben hier die 3, 1, 2 gab es hier oben nicht. 3, 3, 5, 6, hässliche 6 by the way, 7 und 8 ging hier auch nicht. So, wir können auf jeden Fall hier schon mal die 3 eintragen. G7 steht hier oder hier. Bringt uns zwar auch nichts, aber ich habe es zumindest gesagt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 9. Okay, wait, was habe ich eben gesagt? 7 steht hier. Ebenfalls steht die 6 hier. Okay, also wir müssen hier mal ganz kurz, obwohl das nichts bringt, wir müssen auf jeden Fall hier für die 6, 8, 9 haben und die stehen alle schon in der Reihe hier. Okay, das bringt nichts. 1, obwohl, auch keine Ahnung. Okay, komplett andere Ecke. Wir gucken hier oben alle Zahlen einmal durch. Obwohl ich es auch irgendwie schon habe, aber egal, so. 2 haben wir gar nichts. 3, 4, obwohl, keine 4, keine 4. Hier geht aber auch dann wieder gar nichts. 5 steht hier. 6, 7, ja, und die 8. Was ich mal machen kann, ist aber, 5 steht hier, 6, 1, 3, 4 steht hier. Okay. 4, 8, oder 4, 5 und 8. Das heißt also, das heißt erstmal gar nichts. Ne, also, okay, die 1, haben wir die 2, muss also hier stehen. 3, 4 steht hier, aber der 7 auch. Das heißt, welche Zahl war das jetzt nochmal? Die 2 war das, ne? So. 2 steht hier. Jetzt nochmal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, what? Okay, nochmal. Aber die 2, die 2 kann man durchstreichen, die ist da nicht, also die kann da stehen, aber das ist halt nicht sicher. Okay. Also wir haben hier auf jeden Fall schon mal die 9. Hier die 3, 1, 2, 3, 6, 7, 8, jetzt habe ich halt übersehen, ne? deswegen, 2, hier können wir auch noch mal kurz gucken ob irgendeine zahl ich zähle es einfach schon mal durch so 1 und 2 habe ich schon 3 geht halt auch nichts 4 5 6 7 geht aber auch nichts es ist echt kein leichtes zwei sterne so gut das ist schon echt nennos das sage ich wie es ist so wir müssen halt wirklich in dem feld weiter kommen deswegen zähle ich erstmal dieses dieser reihe durch 1 ok 1 2 3 sogar eine 2 mein gott hier ich sag nur das feld 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oder haben wir auch direkt die vier hier ist so das heißt die lösung von allem glaube ich 1 2 3 4 5 6 7 die 8 kommt hier schön rein die 8 haben wir hier safe 1 2 3 4 5 6 7 8 8 steht hier oben hier 2 steht hier 3 4 5 6 7 8 die 9 1 4 5 5 5 5 6 7 8 die 9 1 5 mittlerweile obwohl immer noch nicht okay dafür brauche ich aber erstmal das Feld hier lösen 2 steht hier, 1, 2, 3, okay, das geht irgendwie doch, muss ich aber auch haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7, perfekt, 1, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 9, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 9, weil wir müssen kurz mal hier Datum nachholen, so, heute ist hier der 11.1.2023 und hier ebenfalls noch der 11.1. so und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt rein mit, ja irgendwie hier schon den letzten 4 Sudokus, beziehungsweise in diesem Video die letzten 2 Sudokus, 3-Steine-Sudoku, let's go, ich muss immer darauf achten, dass es wirklich genau mit dich ist, ne, so. 5 steht hier, 4 haben wir auch schon mal safe und zwar genau hier, 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also 8 und 9. Okay, sorry, so offensichtlich, ich hab da einfach nicht hingeguckt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 und 7, kommt hier schon mal die 7 hin, ja oder ansonsten, achso, hier noch die 7, hier auch und hier auch. Das war's mit der 7, 1, 2, die 3 kommt hier und hier hin, 1, 3, 4, 5, 6, haben wir schon, achso, 7, boah, ich dachte, ich dachte, wir hätten einen Fehler, ne. Wir können die 9 hin, 1, 2 muss hier stehen, 2 steht auch ebenfalls da und dann kommen die 2 noch hier hin. Hat jetzt zwar uns nicht weitergebracht, aber wir haben es zumindest halt schon mal ausgefüllt. Ja, ich mache hier nochmal einfach durch, das Ding ist aber halt, die 4 hätten wir auch schon, bevor ich das alles hier ausgefüllt habe, vorher schon rausfinden können. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann noch die 2, perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und hier ebenfalls die 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann haben wir hier, nämlich die 9 Safe, hier und die hier. 2, 2, 3, 4, 5 geht nicht, aber die, 6, natürlich. Hier ebenfalls noch die 8. Okay. 1 kann man nicht rausfinden, 2, 3, 4, 5 geht auch nicht, 6 geht aber, 7, 8, 9, so. Also, trotzdem geht es nicht weiter, okay. Ähm, 2, gut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und hier die 1. Dann ebenfalls hier, ich bin nicht im Überlegen, ob das nicht langsam zu dunkel wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es ist halt wirklich so langsam dann echt zu dunkel. Ich glaube, ich mache mal so das Licht an. Ich denke, es ist einfach besser. Auch wenn wir jetzt hier wieder so unglaublich dunklen Schatten haben. Keine Ahnung, aber ich denke einfach, es ist besser. Oder, ich hoffe es. Deshalb. Wir sind halt auch schon echt bei 20 Minuten, ne? Es wird eine längere Episode heute. Aber auch dieses 2-Sterne-Sudoku, mega, mega schwer. Ich glaube, sogar das hier ist einfacher als das 2-Sterne, wie gesagt. Also, das war echt heftig. So, Nummer 114, let's go. Also, das war ja auch das letzte Sudoku von den normalen 9x9, das wir aus diesem Heft auf diesem Kanal lösen werden. Denn diese 2 mache ich, wie gesagt, hier für mich alleine. Das 4er-Rätsel ist als Special auf diesem Kanal ebenfalls online. Das ist direkt nach diesem Upload im nächsten Video online. So. Bisher sieht's aber, ich sag's immer, da find ich direkt eine Zahl, ne? Das ist echt heftig. So, 9 haben wir. Die 6 haben wir auch. Okay, 3 ist nichts. Gut, okay, wissen wir es auch. Wie hab ich denn diese 3 hier übersehen? Ich hab so gesagt, keine 3, hier oder hier. So ernsthaft? Also. 2 geht auf jeden Fall hier. 3. Hier kommt auf jeden Fall die 5 hin. 1, 2, 3. 4. Okay, nee, keine Ahnung. 4 steht auch hier oder hier. 5, 6. 7. Ja, 8 und 9. Wieder mal so dermaßen offensichtlich, also unglaublich. Aber eigentlich gefällt mir der Schwierigkeitsgrad recht gut. Muss ich ehrlich an der Stelle mal sagen, weil, obwohl das einer der schwereren Rätsel ist, 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 ist eigentlich doch eigentlich ganz angenehm, so. Ich mein, man soll ja auch echt ein bisschen beschäftigt sein damit. Ähm, so deshalb. 2 kann nur hier, da hier stehen. 3, 4. 5 auch. Die nächste Zahl kommt hier hin. 6, 7. Die 8 ist es jetzt. Ähm. Okay, mittlerweile haben so viele Zahlen dieses Feld hier ausgeschlossen. Das habe ich nebenbei immer so gesehen. Keine Ahnung. Okay, also die 3. Hä? Moment. Es ist nur die 4. Und die 8. Hä? Okay. Interessant. Sehr interessant. Okay. Keine Ahnung. Wie ich das jetzt auch vorhin gesehen habe, aber... Nee, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt auch gekommen bin. Keine Ahnung. Okay, was wir auf jeden Fall nochmal checken können ist... Äh, 1, 2, 3. Sehr gut. Schmeckt. Ähm. 4. 5 haben wir hier. 6. 7. 7. 8. 9. Ja, geht nichts. Also, geil. Obwohl... Moment, okay. Keine 9, keine 9. Es steht ebenfalls hier. Die 5 war das nicht. Das war die 7. Genau. Okay, jetzt müssen wir wirklich mal gucken. Äh, 4. 5 kann es gewesen sein. Nee, ist es nicht. 6. Keine 9. Okay, es ist die 9, die hier steht. Das passt doch eigentlich alles. 2 steht hier. 3, 4. 5, 6. 7 und 8. 7 und 8 haben wir beide hier. Oh, was? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Wir beruhigen uns wieder. Ja, ich check dann halt nochmal die Reihe hier. 1, 2, 3, 4. Schau dir. 5, 6, 7 und die 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 9. Und dann haben wir, ja, ist immer so ein Feld fertig und das ist, ja, gar nicht mal so gut, da wir ja noch 1, 2, 3, 4, 5 komplett unangerührte Felder haben. Das ist echt kein nicer Aufbau. So, das ist die Sache, ganz ehrlich, also wirklich. So. Ich gucke hier schon die ganze, ich kann praktisch keine Zahl in diesem Feld hier festmachen. Nichts ist irgendwie möglich. Also, das ist echt, echt krass. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich würde einfach sagen, ich schalte ab diesem Moment in den Timeless-Mode, keine Ahnung. Ich werde das Video gleich nochmal beenden und einfach so weitermachen. Im Zeitraff halt, ihr kennt das, wir schalten rein. Was mir jetzt gerade mal auffällt, ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, 2, 3 Zahlen eingetragen. Gucke ich hier plötzlich drauf und sehe diese 9, die ja vorgegeben ist und diese 9 hier. Ich kann hier direkt einkreisen, denn das Sudoku haben wir hier auch nochmal auf den letzten 3 Sudokus in diesem Feld. Schön verkackt, sage ich, wie es ist. Und das war ja schon recht früh, ne? Also, wir sind ja direkt diese Felder hier angegangen. Und demnach fehlte eine Zahl in dieser Reihe. Und es ist die 1, 2. Vor allem die 9 ist ja irgendwie anscheinend dann auch in diesem Feld hier falsch platziert und ebenfalls auch. Die steht dann nicht wirklich hier, die muss ja auch dann hier stehen. Also hier, hier oder hier. Deshalb, ich habe keine Ahnung, das Sudoku haben wir wieder mies verkackt. Ich rechse hier noch alle 9 ein. Und deswegen sage ich euch, es tut mir wieder leid, wir haben Fehler gemacht. Und ja, deswegen schreibe ich hier jetzt noch kurz das Datum drin. Und dann würde ich sagen, das ist auch schon das Ende dieser Episode hier. Und ich bedanke mich heute auch schon mal fürs Einschalten. Diese zwei Sudokus hier werde ich mir jetzt ganz alleine zu Gemüte führen, ganz alleine reinschallern, ganz alleine durchrätseln. Und an der Stelle kann ich euch nur das Video empfehlen, wo wir diese 4 6x6 Sudokus gelöst haben. Das Video gehört aber nicht zu der 4x9x9 Serie, sind ja keine 9x9 Sudokus, sondern das ist einfach, keine Ahnung, das heißt wahrscheinlich, ich weiß nicht wie es heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es direkt nach diesem Video online. Ich glaube, das hier war ja auch generell, müsst ihr halt gucken, welches könnte hier gerade, 4x9x9 Sudokus, Hashtag 9 glaube ich könnte es sein, aktuell hier. Und ja, demnach, wir haben dieses Heft so gut wie durch. Es tut mir leid, dass wir hier noch einen Fehler reingehauen haben, aber es ist nun mal so passiert. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal abonnieren, liken und Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid und an der Stelle gerne auf meinem Podcast in der Dose vorbeischauen oder auf meinem Instagram-Account Something Shit About Me. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.